Ja, ich bin wieder da, euer Witz für 83, ist doch klar. Ja, ne? Ich hab mir jetzt gedacht, ich mach hier ein neues Lied. Und zwar nicht Hip-Hop, sondern Techno. Und los geht's, ne? Und zwar... Links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Den Knuddelstar geht's richtig ab, der Witz beschreibt jetzt gar nicht knapp. Ihr seid nicht allein, denn der Witzbär, der ist kein Schwein. Er schreibt mit euch jetzt hin und her, denn da ein Knuddelstar ist es gar nicht schwer. Ihr seid nicht allein, denn die Shatter, die schreiben's hinein. Oh 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 Dann ein Satz, dann bist du nicht alleine. Falls ein Neuer kommt, dann helf ihn auch dabei. Die Party geht jetzt richtig ab, denn wir Shatter machen es nicht knapp. Sie schreiben nun und der Witzbär kann sich nicht ausruhen. Das ist ihm völlig egal, denn der Witzbär hat eh einen Knall. Er siehnt für euch und ihr hört ihn zu. Komm jetzt im Chat, die Leute sind so nett. Sie schreiben auch mit dir und das macht dich so fett. Kannst du dann einen Satz, dann bist du nicht alleine. Und falls ein Neuer kommt, dann helf ihn auch dabei. Zicke, 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 hoi, hoi, hoi. Ja, viele Leute schreiben und knuddeln, um sich die Langeweile zu vertreiben. Ich bin da, um da die Langeweile zu vertreiben. Ist doch klar, ne? Ja, und wir singen jetzt wieder. Komm jetzt im Chat, die Leute sind so nett. Sie schreiben auch mit dir und das macht dich so fett. Schreibst du dann einen Satz, dann bist du nicht alleine. Und falls ein Neuer kommt, dann helf ihn auch dabei. Komm jetzt im Chat, die Leute sind so nett. Sie schreiben auch mit dir und das macht dich so fett. Schreibst du dann einen Satz, dann bist du nicht alleine. Und falls ein Neuer kommt, dann helf ihn auch dabei. Komm jetzt im Chat, die Leute sind so nett. Sie schreiben auch mit dir und das macht dich so fett. Schreibst du dann einen Satz, dann bist du nicht alleine. Und falls ein Neuer kommt, dann helf ihn auch dabei. Helf ihn auch dabei! Ha 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 ha!